malzeit freunde wir kommen zurück bei fortnight und den syndikat aufträgen dieses mal durch suche ein computer nach beweisen für manipulation so das gibt es einmal hier unten rechts vom mega city da bin ich auch gerade oder oben in lonely labs und da die zone nicht anfängt zu laufen sollte ich auch noch kurz hier hingehen also dieser nette charakter quatsch uns übrigens voll dass wir den monitor in ruhe lassen sollen da ich hatte hier das terminal fernzuhalten so ich würde gerne die tür schließen so jetzt sieht doch nicht was wir machen kochburenwurf beschädigt beschädigt kochbuch das schicker schäcker charlie also ein paar infos so über die wörter die sind dann sind die card gibt gute reichkeiten das kochbuch hat es überstanden beginnt jedes rezept mit anekdoten über die vorne einer familie regional ist nun mal gefragt und kurze lieferwege sind billiger und all unsere daten über die armee der letzten realität wurden beschädigt wenn der saboteur mit denen arbeitet steht uns nicht nur ein krieg zwischen syndikaten bevor suche mich oder evie auf um den plan zu besprechen machen wir melde ich bei evie oder bei sander und tatsächlich müsste das glaube ich ja okay ist es ein sturm nicht hier bei megacity sein also mann hier von megacity schon aber nicht in megacity also heute das gibt's beim nächsten mal diesen sinne macht gut bis dahin